Ja, hier ist Fußball am schönsten. Hier, zu Hause, auf der Sonnenseite des Wien-Gebirges. Beim Heimspiel für den SV Rödinghausen in der stärksten 4. Liga Deutschlands. An diesem Spieltag der Regionalliga West ist der VfL Bochum 2 zu Gast. Nicht verpassen, Radio Herford fiebert mit und wünscht sportlichen Spaß beim SV Rödinghausen. Dort, wo Fußball zu Hause ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017